was wir sind wieder bei mann und kürzer so gut und dem zack haben wir dann kommen jetzt grau ja einfach mal los hier Snowland oh ja ich liebe ja Schnee also mir Schnee und kälte lieber als wärme und Sonne muss ich ganz ehrlich zugeben bin eh mehr so der Wintermensch auch nur wegen meinen Allergien im Sommer und den ganzen Pollen es geht eh es geht wirklich gar nicht da ich halte das ohne schon fast gar nicht aus und ich kriege die ganzen Münzen nicht mit ich bin so schlecht so schlecht alter geht gar nicht klar oh mein Gott so warum muss man auch Straßen mit Wasserlöchern machen verstehe ich nicht ja merkt ihr es ja ne dass ich obwohl ich meine Allergiemittel eben genommen habe mal nochmal heute Gott ey oh jetzt fahre ich noch voll in den Schnee geht mal gar nicht klar jetzt ganz langsam so oh nein geht das nein warum geht das nicht hallo warum geht das nicht schießrichter nein nein das will Ruhe bitte nein nein doppelt fick dich Joshin wird ein hässlicher Bastard deine Mutter war ein alter Dino und dein Vater eine feuerspukende Echse ja das habe ich dir vorgegeben aber ich habe mir gehofft Mama geil Hammer geil Hammer geil Hammer geil Hammer geil Hammer geil oh mir läuft die Nase hier irgendwas ist mir gar nicht klar oh mein Gott oh mein Gott ich bin irgendwie total unkonzentriert heute oh Gott mir läuft die Nase mir läuft die Nase wenn das so runterläuft langsam richtig eklig so dann bin ich wieder ich bin die Polen ja mach das doch das Fenster so ein stiegiger Luft ersticken ein stiegiger Luft ein stiegiger Luft sterben ja ich krieg sogar ein Turbauer mit Donkey Kong dass der Mutter das auf die Reihe kriegt oh mein Gott oh man jetzt hab ich die verkackten Münzen verpasst ich weiß nicht, hab ich die mitgenommen oh hier sind noch Münzen toll eine wow ach hier sind Münzen ja nein fuck it oh mein Gott oh nein oh nein oh nein ich hab hier irgendwie voll die sprachlichen Barrieren das geht gar nicht klar Mama geil oh nein Gott oh mein Gott das geht halt mal gar nicht heute läuft irgendwie nix rund finde ich nicht so gut äh oh nein ich springe über dieses Case rüber das geht nicht klar ey nein oh den Boost und die Münzen verpasst man ja jetzt häng dich doch an diesem Geschenk auf ganz ehrlich wupp wupp ja die bringt mir so viel auf Platz 1 ahhh das war jetzt ein Tacken zu spät hey früher sitzen sollen vielleicht mal weil das Dumme ist so eine rote ja die folgt ja leider nicht über diese scheiße also über dieses Sprungteil welches was nein tatsächlich zack hier Bomben verjaus war der Pilze oh Gott oh Gott so die nimm auch noch mit schießt wieder oh Jesus Christus juhu und ganz ehrlich ich schnau mir noch mal die Nase aus das geht nicht klar deswegen also ich hab Winter echt lieber weil ich weiß auch nicht ich glaube ich weiß auch warum ich heute so fällig bin weil ich bin einfach nur noch müde und erschöpft ja ich kam am Wochenende am Wochenende aber auch nicht dazu aufzunehmen ne ja wie ich hab nur noch eine Münze alter Toad ramm ich noch einmal und ich ramm dir meine Faust in die Fresse nein fuck jam Arsch ey ganz ehrlich dass ich so abhängig von diesen verkackten Münzen bin ne ich bin ich bin durchfreudelt das geht nicht klar Alter fahr ich auch noch voll in diesen Treibsand kack rein ne oh ja jetzt wollen wir bam ah so Freunde rum was gar kein das ist nicht wahr bam Junge aber Peter stresst wieder rum er will Resident Evil spielen also nicht mit mir also StarCraft 2 wohl eher aber jetzt spiele er anstatt irgendwie mal aufzunehmen auch weiterzumachen aber nein er ist so ein faules Stück er ist einfach du bist einfach so ein faules Stück Peter ja ich hab keine Zeit ich muss so dies und das spielen ausreden alles ausreden nein nein deine Mutter naja egal immer noch erster hat sich alles erledigt muhaha so wenn er Bananenstelle vorbeikommt muss es in die rote Kröte schlucken nicht what the fuck Bowser vierter tot ne gar nicht tot vierter Bowser dritter ah Peach so schlecht ey was mit der Frauenquote hier oben schlecht aber Frauenquote gibt es von den ersten vier anscheinend nicht diesmal wenn ich nicht fahre dann ist hier leider tote Hose wortwörtlich Prozent das die Idee der Verpackung Böbel wenn du mir zu befreundet Prozent wenn es mit jedem YouTube diese Frau wurde bis zu tun ja ach der ist genau dahinter den kann man der Geld aus dass er natürlich ich denke man so austricksen ja aber irgendwie nicht so nicht mit dem was da jetzt legen wir mal ein kleines päckchen mach mal den leuten hier leben schwer wie der start habe ich ein gerissen schon wieder jetzt geht es aber los hier noch lang für das schön dass man bei marika bringt so ein navi hat oder tolles navi braucht jedes auto abbiegen und auf einmal erscheint fort hier ein habe ich getroffen das wäre mega awesome nein habe ich nicht getroffen wäre auch zu schön um wahr zu sein nein bauser auf vierten platz mit dem verfickten schwulen stern bauser ich hasse dich ich hasse so abgrundtief doll das ist es ist für mich sehr schwer macht es in worten auszudrücken wenn ich dich und deine dem ich hatte so verdammt noch mal hast den ich nicht verbraten dürfen das war ein schwerer fehler das sehe ich jetzt schon kommen das holt mich noch ein alter dass ich das jetzt verbraten habe all der feier schon fast viel lava ich bin auch so ein künstler wie das war es schon okay das war schon geil ja das war's ne für heute wir sehen uns dann dass da wieder stellen ansorge gekriegt und wir sehen uns dann im nächsten mal was besseres als bären wir sehen uns dann im nächsten mal und bis dahin ciao